Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu The Park. Aber den Park, den haben wir verlassen und wir befinden uns jetzt in einem Albtraum. Wir können auch nicht mehr zurück. Wir gehen immer tiefer und tiefer und alles verschlimmert sich und verschlechtert sich. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Ganze hier noch so gehen wird. Und ich habe auch keine Ahnung, ob und wo wir Callum finden werden. Hier dieses Buch, das Lorraine, Lorraine, I need you to focus on what we are discussing. The Chipmunk Killer, Steve Gardiner, he was locked away for what he did to those kids. Nathaniel Winter hasn't been seen in years, but he is now near Atlantic Island Park. We've established this. You know this. Also der Chipmunk Killer, der ist eingesperrt. Und Nathaniel Winter, Nathaniel Winter, ich glaube, das ist doch der Typ, der hier Mist gebaut hat mit dem Freizeitpark. Oder irre ich mich da jetzt? Und hier ist wieder das Buch, das Buch, das sich um den Hunger dreht. The Woodcutter is dead. The witch always wins. Okay, das hatten wir schon. Nathaniel Winters. Hat Lorraine vielleicht getötet? Unter den ganzen Medikamenten? Oh Mann. Blut. Blut läuft die Wände runter. The killing. Lorraine, we are one. We are irrepressible. You can only join us, Lorraine. The sun will be devoured. All the castle will be enslaved. The shadow lies on your future. Your domination. If you listen, Lorraine, you are key to damming the world. Where is my boy? Oh, what the fuck? Oh Mann, Blut auf der Mütze. See her lie. See him die. See her cry. See her try. Ask her why. See him die. Say bye bye. What the fuck? Was für ein Scheiß. Was für eine kranke Psyche. Oh Mann. Und jetzt sind es keine Puppen mehr, die hier hängen. Don. Dad. Call him. Not him. Alle sind tot. Ihr Vater. Ihr Mann. Und ihr Sohn wird auch tot sein. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Wer hat sich da hängt? Oh fuck. Oh fuck. Der Eispickel im Auge. Und was sind das? Tote Ratten? Und wer hängt da? Ist sie das selbst? Geht die Tür auf? Nein. Keine Chance. Der Ofen lodert. Es tropft. I didn't run away. That took me. Sind immer noch die Solift. Tabletten. The History of Salmon Islands. Nix neues. War Blut. Pop von der Decke. Und diese verstörende Musik. Oh Leute. Call him. Was? You will watch me. You will watch me. Who was that? Oh. Boogieman kaum noch zu sehen. Oh. Where is he? Und noch eine Runde, Freunde. Noch eine Runde. Wie schlimmer kann dieser Psycho-Horror denn hier noch werden? Es scheint vorbei. Hier waren wir noch nicht. Die Story ist wieder zu erzählen. Die Geschichte sind wieder und wieder und wieder, und aus ihrer Formen bilden wir unser Erinnerung des Welt. Die beiden Kinder sind led into the woods. Sie sind verloren für einen Zeitpunkt, aber dann sind sie von einer alten Witch. Ein Kind geht weg in den Park Atlantik. Er wandert verloren für einen Zeitpunkt, bevor sie ihn finden, bis in die Mache der alte Witch. Ich weiß es nicht, Lorraine. Ich weiß es nicht, ob du die Hexe bist. Und wenn, dann bist du einfach krank, sehr krank. Ich weiß es nicht, ob du siehst. Ich denke, das ist glücklich. Die Veränderung von den Machinen ist noch nicht complete. Da müssen andere Kinder sein. Ich kann auf meine Sleppe sein. Ich bin eine schreckliche Mutter. Wo ist er? Insel und Gretel von den Gebrüdern Grimm. Aber ich wusste gar nicht, dass es da eine Urversion gibt, wo die Mutter auch die Hexe war. Ich dachte immer, die Mutter war die Gute, die die beiden nicht töten wollte. Der Chipmunk! Hinter dir! Der Chipmunk! Hinter dir! Lass nicht das Böse in dir die Überhand gewinnen. Nein, 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 nein. Lorraine, das willst du nicht tun. Das willst du wirklich nicht tun. Nein! Lass das sein! Nimm die Finger weg! Nein! Nicht wirklich, oder? Alter! Er hat nicht wirklich ihren Sohn umgebracht. Hey, Lorraine, Lorraine! Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Puh. Ja, eine ziemlich kurze, intensive Erfahrung das Spiel. Man kann sicherlich noch den ein oder anderen Brief sich durchlesen und das ein oder andere mehr machen. Aber selbst so, einfach mal ziemlich zügig durch, ist das schon sehr, sehr intensiv. Sehr, ja, spannend, interessant. Richtig Horror würde ich nicht sagen. Nein, also es gibt so ein paar kleine Jumpscares, aber richtig Horror ist nicht mehr so Psycho. Ja, wirklich interessant. Ja, würde mich interessieren, wenn du irgendwie Anmerkungen hast zu der Geschichte oder so. Ja, wäre interessant von dir zu lesen, was du meinst. Hat sie ihren Sohn wirklich umgebracht oder waren das alles nur Sachen, die sie in ihrer Psyche abgespielt haben? Ist die Frage, dass sie nicht ganz, ja, nicht ganz gesund ist psychisch. Ich glaube, das geht daraus schon hervor, aber wie sich das Ganze jetzt zusammenfügt, so ganz genau, weiß ich es nicht. Auf jeden Fall ist es eine Familientragödie, so oder so. Und ein schönes Spiel, mal gut zu spielen. Also ich kann es dir nur empfehlen, auch mal selber durchzuspielen. Dann ist es natürlich immer noch mal ein bisschen intensiver, als wenn man nur zuschaut. Tja, ich werde, denke ich, jetzt mal ein paar Foren durchsuchen und selber mal ein bisschen gucken, was die Leute so für Interpretationsansätze haben für diese Geschichte. Freue mich sehr, dass du zugeschaut hast. Und ich hoffe natürlich, wie immer, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.